Mein Name ist Nora Sarrawo. Ich bin ausgebildete Friseurin und hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Die Schmerzen waren unbeschreiblich, also das ganze Leben war sozusagen total eingeschränkt. Mein Leben ist durch die Bandscheibenprothese besser, weil ich wieder joggen kann und wieder das Leben schmerzfrei genießen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017